Heyo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Gary Smott mit dabei, Dark Souls 07. Und wir spielen Welcome to Hell's Island Chapter 3. Wow, wir beginnen mit Chapter 3, obwohl wir nicht einmal Chapter 1 oder 2 gespielt haben. Nice work. Diese Tür sieht auch schon so geil aus. Hier ist noch mein Brötchen fertig. Ähm, von meiner Seite aus, Entschuldigung, dass unten diese Downloads da gerade erfolgen, aber ich kann das nicht abbrechen. Ah ja, vielleicht wollen wir uns TP'n. Angst. Damit herzlich willkommen. Wie sieht der aus? Ich bin jetzt noch einmal Professorin, oder? Ich bin jetzt noch einmal Professorin, oder? Ich bin jetzt noch einmal Professorin. Wo ist der Professor? Hier bist du. Ähm. Wo ist der Professorin? Der Bop. die klob war nichts geht das wird damit zurück ich kann es tun ich sehe ich nicht und diese ein ich kann nicht Ich lege so herum. Hallo. Ja, da gehe ich jetzt sicher auf. Hallo. Aus Lampenheim. Daily News. More test subjects have escaped from the liberty of science facility. The government says these positions with assignments are extremely dangerous and pirate contact is not visible in official information. Okay, I think it's working. Den Koffer nimmt euch mit. Ich frage mal, der Schach in dem wird mal ein Koffer. Nein. Koffer. Hallo, Koffer. Komm mit. Alter, wie das rum. Gut, gehen wir wieder raus. Hier ist offen. Waren wir da schon drin? Hallo. Ja, hier ist sicher safe. Nichts passieren, nicht wahr? Equation. Oh, Bier! I'm looking for free. Glück, 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 glück. Traugst du auch eine? Ich trage eine Box. Ich trage eine Box. Ich bin hier draufgegangen. Geht einfach. Alter, ich lag rum. Da ist ein Bib... Hier ist... Wir müssen die Kiste brechen hier. Geht das? Kann man die Kiste brechen? Oh. Ja. Ja, stimmt. Gut, gehen wir. Ich nehme das Baby mit. Das ist sicher wichtig. Doch, warte mal. Man kann sicher. Jetzt kommen... Hilfe, ich habe mich eingesperrt. Ich nehme das Baby mit, das ist wichtig. Alter, warum leckt das so rum? Ich hab jetzt meine Maus DPI komplett runtergestellt, weil die Kamera sonst sich so schnell umdreht. Alter, bei mir leckt der shit so rum, du bist kein guter Horst, muss man sagen. Das ist ein guter Horst, ich geb dir gleich guter Horst, bei mir geht's flüssig. Max, ich glaub du musst das B wieder rein, oder? Oh, 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 blöde Musik, böse Musik, oh? Oh, oh, hier. Ich kann's nicht mehr aufheben, hör doch. Vielleicht so, dass sie sehen. Da. Da los. Max? Ja, steh vor dir. Ich geh jetzt... Ich geh jetzt... ...und schau dir das an. Hopp, ich seh was, ja. Willst du da reingehen? Das Baby jetzt leuchtet in den roten Augen. Ah, dass das Baby weggekickt. Das Baby wurde weggekickt. Ah, wo ist das Baby hin? Das Baby wurde weggekickt gerade. Ich schau damit, damit ich mein Auto voll tanken und wegfahre. Das ist B... Du hast das Baby weggekickt. Was kann ich dafür, wenn du so ein schlechter Vater bist? Wo ist das Baby hin? Oh mein Gott, das Baby ist weg. Das Baby ist einfach mal weg. Gut, hallo. Ist da eine Tür? Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich muss das Haus rein? Nee, wir ran einfach mal so gestraft. Was denn lang? Kommt hier nicht weiter. Müssen denn ihr gerne ausräumen? Da, schaut, das ist eine Stiege. In die Kirche möchte ich definitiv nicht rein. Hallo. Ja, ja. Da, wir müssen die Türen unsichtbar rücken. Das war ein bisschen die Türen unsichtbar. Oh, ups. Wer denkt schon wieder an uns trinken? Nein, du kannst die Dinger zerstören. Schlüssel! Ich möchte nicht in diese Kirche rein, die sieht zu spooky aus. Achtung, Kacke. Schau, ich habe eine Waffe. Ich werde hier alle drei Meter zurück tp's. Das ist echt geil. Ich muss die rechte Tür aufmachen. Oh nein. Hallo? Ja? Ja, hier sieht es auf jeden Fall nett aus. Nein, Schkinder, wer noch passiert? Ich warte auf einen Jumpscare. Welchen Jumpscare? Es kommt so fix ein Jumpscare, das ist immer so. Das ist der Jumpscare. Ich habe irgendwie hinter der Tür das auch so. Hallo. Du musst das vorlesen. Ich setze mich da mit einem wunderschönen Mann in der ersten Reihe hin. So, geht schon. waaa bütün ja, number, bin ich in die Kirche gekommen. find a way to this town. Was? Bücher oder was? Ich glaube, wir müssen durch diese Tür. Oh. Hä? Wer hat meine fünf Stunden dicht? Ähm. Oh nein, ich weiß schon, welches Rätsel das ist, oder? Oh, überhaupt. Hallo? Oh nein. Hallo? Komische Geräusche, gefallen mir nicht. Gefriedhof bei Nacht. Auf der Insel, wo wir flühen müssen. Nice. Sehr freundlich hier. Ein Fahrrad. Hallo? Ähm. Oh. Tank Shredder. Dame und ihr. Tank Shredder. Oh, wir müssen zu dem. Ich stecke. Wir müssen einen Typen suchen. Hank Shredder. Hank Shredder. Nein. Die schieven Geräusche schon wieder. Ach, der war mich eh schon. Wir müssen diesen Teil des Friere-Drucks geben. Der sieht so scheiße aus. Es wird auch irgendwo ein Jumpskees kommen, das werde ich dir versprechen. Ich höre irgendwelche komischen Schreie. Weißt du das? Das ist ziemlich lustig. SKY LUKE WALKER Wir haben den Typen immer noch nicht gefunden. Danke. Sieht schon so aus, als ob da... Gleich kommt da jemand zu der Tür raus. Hey Schrader oder? 17 12 94. Ja. 17 12 94. Geh mal zum Tresor. Warum nicht? Einer muss hier bleiben, weil ich glaube... Wie musst du es eingeben? Keine Ahnung. 17 12 94. So ist es passiert? Nö. Eigentlich sollte Tresor sich öffnen. Krypt Key. Fuck. Ich mach das nicht durch den. Oh. Ja. Los. Gehen wir als Intim durch? Du hast ne Schüssel. Okay. Ich hör dich jetzt nicht. Ich hab mein Headzack weg. Oh. Ahes. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Tür hat mich gekillt. Die Tür. Was? Ich habe komplett veräppelt hier. Ich küsst mich jetzt. Oh, oh, oh. Du bist ein Error. Oh nein, du hast nicht hasst das Ding. Ja, du hast ein Skin nicht. Nice. Error. Error. Es geht bei mir so ein Errorschild rum. Ich kann mich auch nicht selber töten. Doch, du kannst dich selber töten. Ich habe nur so rote Farbe gefühlt. Falscher Raum. Ich habe so einen geilen Skin. Wenn du den sehen würdest im Video dann. Warte. War das die Tür richtig? Nein, die Tür ist falsch. Wohin bist du gegangen? Die Tür ist richtig. Hallo. Super. Das sieht ja richtig vielversprechend aus. Geht mir gemeint zum Rein. Mach die Tür zu. Oh mein Gott. Schöpf. 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 Wir müssen da runter, Golf. Ich glaube wir müssen da runter, Golf. Hallo. Oh je. Hallo? ja bürger fisch planten und dort jemand wo takos gegessen die schaffe takos wie sehr alter das was du ja mach die tüfe zu hallo 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 heidi meine mord sind bald alle runterklang 438 von 479 komm mal da rein oh da waren wir schon ja hier unten lagts bissl geh mal nach links hallo 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 das hat mich jetzt nicht erschrocken ich hab's verpasst glaube ich hab fünf Leben verloren hallo 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 hey da hat jemand geschlafen oh getränke umsonst gratis dafür hab ich mein Leben lang geträumt dafür hab ich mein Leben lang geträumt hallo 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 es ist so viel ich kann er lebt drüben steht jetzt sind die Downloads beendet gleich 456 von 479 das hängt damit zusammen nein 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 nicht der schon wieder ich mag keine Statuen oder Puppen hallo hallo mein Christo sie haben mein Bein verloren und zwei Arme hat gerade seinen Kopf auf hä wieso kann ich nicht durch hä kannst du durch ja warte mal kurz Maxi bleibst du kurz in stehen ok so wohin gehts weiter ich glaub du bist nicht dünn genug um da durch zu kriegen oh ja wir haben nichts zum Aufbrüchen such sie Dagi such sie iiii weißt du was ich verpasse immer die Jumpscares ja führst zu ach waaa wir hätten da hingeschießen hallo oh ja da kommt so fix ein Jumpscare das kann ich dir 100% versprechen ich habe jetzt schon 4 oder 5 abbekommen kann ich irgendwas haben von hier eine Box oh ha ha gut dann gehen wir ich hörs schon ah ich bin da ich bin da toll so so gehts in gut so okay schläft gehen wir Maxi ich ich weiß nicht ob es dir gut geht sollten wir dir nicht vielleicht den Krankenhaus bringen ich meine wir hätten eine ganze Packung Müsli aufgegessen pfff mach ich jeden Tag bist du grad gestorben? dir noch? hallo? hallo? bist du noch? was ist mit dir los? hihihi oh mein Gott echt ich geh nicht vor hihihi ach pfff 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 ja wie lange ist das doch hallo hallo oh ja super super okay hallo tut mir leid dass ich dann die uhrkurt gegessen habe sein ich beleidigt ich drüber rennen nachwärts gedacht ist jetzt wenigstens eine tür irgendwo offen wo waren wir jetzt noch nicht dort ja wie kann das so groß sein hallo eine holztür man ich will eine krober deutlich haben hallo diese holzdinger der rechts kann auch noch rein aber das war recht rein gehen hallo und nichts da hier maxi er kommt uns geht gibt es mir kommt gibt es mir jetzt wir kommen gibt mir der jumpscare kommen nicht warum wandern wir nicht hier oben der Baum das ist so gut alle dieses Bild über die als unsichtbar es ist geiler hast. Oh. Ähm. Willkommen in der Office auf ÖBB. Unsere speziellen Büroräume sind dafür ausgestattet für möglichst möglichen Komfort zu haben. Für möglichst möglichen Komfort. Was ist das? Warum braucht ihr so eine fette Lupe? Was ist mit euch? ÖBB. Hallo? Tja. Hier glänzt irgendwas. HAAH! Crowbar. Nein. Hey. Ich hab sie. Ich hab sie nicht gekriegt. Willst du mich fach... Drück auf 2 oder so. Ja. Gut. Wohin? Jetzt haben wir eine Crowbar. Wir können das Schloss aufbrechen. Wir sind raus hier. Oh nein. Hey warte mal. Ah nicht hier? Ja. Ähm. Das war nicht so Deezer doch. Hey wo geht's doch. Um. Okay. Haha. Haha. Äh. Lass zu. Wirst du. Achso. Ah. Ja. Wow. Wow. So spektakulier. Wir haben keine Boobs unlocked. Nein. Keine Boobs. Ich will zu den Boobs. Boobs. Ich kann den Raum rein sehen, weil ich keine Türen hab. Was sieht denn drin aus? Nein warte. Das sieht man nicht von meiner Sitze an. Nur von Darkis Sicht. Was sieht man nicht? Was sieht das von mir? Das war's mal. Ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal. Oh bin ich müde und ich mag mein Brötchen weiter essen. Also. Tü tü tü. Tü tü tü. Konnichiwa. Aufenthalt Nejwie. Auf den. Aufhans. Auf. 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 Auf.